Familie Weber feiert Heiligabend, aber in diesem Jahr ist alles anders. Anna, ihr kleiner Bruder Leon und ihre Eltern Georg und Christa konnten keine Plätze für den Weihnachtsgottesdienst ergattern, denn die mussten wegen Corona verlost werden. Mama Christa ließ daher zu Hause das Weihnachtsevangelium vor. Und nachdem alle Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen haben, beginnt die Bescherung. Der Moment, auf den Anna sich so gefreut hat. Zwischen den Geschenken unter dem Weihnachtsbaum entdeckt Anna ein kleines Körbchen, in dem Geld liegt. Für wen ist das denn, möchte Anna wissen. Bestimmt für mich, kräht der kleine Leon. Georg und Christa lächeln. Nein, das ist unsere Gabe für die Menschen, die so wenig haben. Anna schaut verdutzt. Das verstehe ich nicht. Georg erklärt geduldig. Wir konnten ja heute nicht wie sonst unseren Teil in die Kollekte geben, deswegen spenden wir dieses Jahr online. Anna antwortet, ach so, und was passiert mit dem Geld? Das Hilfswerk Adveniat gibt die Spenden weiter und sorgt dafür, dass sie bei armen Menschen in Lateinamerika ankommen. Das finde ich gut, ich möchte auch etwas von meinem Taschengeld dazu tun. Aber Papa, wo kommen unsere Spenden denn dann an? Na zum Beispiel bei Joao in Brasilien. Der 10-jährige Joao hat sich lange auf Weihnachten gefreut. Er lebt mit seinen Eltern und Geschwistern in Brasilien. Sein Dorf, das Quilombo Caraibas, liegt am Fluss São Francisco und besteht aus Familien, deren Vorfahren Sklaven waren. Sie verdienen als Fischer und Bauern ihren Lebensunterhalt. Joao's Siedlung ist aber immer wieder in ihrer Existenz bedroht, denn offiziell gehört den Bewohnern das Land nicht. Und fremde Viehzüchter versuchen immer wieder, sich das Land anzueignen und für ihre Geschäfte zu nutzen. Daran will Joao an Weihnachten aber nicht denken. Da kommt Ordensschwester Neusa und bringt Essen und Medikamente mit. Das konnte sie dank der Weihnachtskollekte aus Deutschland besorgen. Schwester Neusa ist von der Fischer Pastoral und wird unterstützt von Adveniat. Auch sonst hat Neusa immer ein offenes Ohr für Joao. Sie klärt seine Eltern über ihre Rechte auf und hilft ihnen dabei, diese Rechte auch durchzusetzen. Dank Schwester Neusa hat Joao Hoffnung, dass er auch nächstes Jahr wieder Weihnachten in seinem Dorf feiern kann. Anna sagt zu ihrem Papa, Joao gebe ich gerne etwas ab. Aber wie funktioniert das jetzt dieses Jahr genau mit dem Spenden? Georg erklärt, an den Weihnachtsfeiertagen geht das gesammelte Geld aus den katholischen Gottesdiensten an das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. In diesem Jahr werden die Spenden besonders gebraucht, denn die Corona-Pandemie hat Lateinamerika hart getroffen. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren und mussten hungern. Mit den Spenden von Adveniat können die Kirchen und Freiwilligen vor Ort Hilfsmittel kaufen und an die Bedürftigen verteilen. Wegen Corona ist dieses Jahr auch in Deutschland alles anders. Zum Beispiel haben wir keinen Platz in der Christmette bekommen. Deshalb findet die Weihnachtskollegte nicht nur in den Kirchen statt, sondern kommt zu uns nach Hause. Digital über die Adveniat-Homepage oder mit der Spendentüte im Weihnachtspfarrbrief. So machen wir das jetzt auch. Gemeinsam setzen sich Georg und Anna an den Computer und schicken ihre Spende ab. Dann sagt Georg, frohe Weihnachten Anna! Und Anna erwidert, frohe Weihnachten überall! Adveniat für die Menschen in Lateinamerika Adveniat für die Menschen in Lateinamerika – Untertitelung des ZDF, 2020